so dann machen wir uns direkt auf dem weg weiter nicht lang schnacken sondern weitermachen wir gehen jetzt hier hin und dann müssen wir zum drachen und dann noch mal und dann reden wir mit unserer schwester wir alle steine gefunden haben und dann gehen wir zu dem typen und das ja auch noch fertig und dann schauen wir danach noch passiert zum glück haben wir jetzt ein pferd dann können wir schnell durch ach nö die die sind egal so der sich gerade noch bewegt habe ich gesehen das ist nämlich noch eine höhle da gehen wir jetzt mal rein so wartet so dann gehen wir erst unten lang und dann oben lang oh hier ist land ja wieder schön auf einer seite wenigstens was ist das für eine höhle hier höhle eingang einfach eine normale stück normale höhle wahrscheinlich voller skelette gehe ich mal stark von aus und nö mit orks mit menschen banditen ist ja mal eine abwechslung ne oder macht den rum ist ja mal eine abwechslung auch nur müll haben die ne nochmal looten will ich dir jetzt nicht du hast du hast du hast nicht so eine rüstung gut dann gehen wir hier lang schauen wo man da ist man muss ja das ist ja eigentlich ein korridor also von daher ist ja auch noch ein orklager drin banditen und orks das passt ja oh ne boah den habe ich schnell getötet ehrlich dass der mir die ganze zeit damit auf die eier wieder geht so eine truhe ist hier auch noch das freut mich irgendeine rüstung die meine rüstung natürlich nicht verbessert aber wenigstens bisschen gold wieder viel gold haben wir jetzt wieder nicht mehr so viel aber es kommt langsam wieder so dann geht es da oben lang nehmen wir mal eben einen heiltrank noch einen noch einen noch einen so vorgeheilt wieder dann schauen wir mal was da oben so abgeht hier die post wieder das ist wahrscheinlich gar nichts mehr also bringt das gar nicht doch hier ist oh hier ist auch noch ein weg hier ist bestimmt ein Banditenlager oder so ja dachten wir oh Banditen und Orks die passen ja gut zusammen klatschen wir direkt mal die Nervensegen weg du hast ein Schwert das ich gebrauchen könnte bloß wieder nur Müll das war mir auch irgendwie klar aber hier gibt es Truhen ja wenigstens etwas ein Ring was bringt der ich glaube gegen den Drachen brauchen wir mehr da werden wir wahrscheinlich ein paar Versuche brauchen gegen den Drachen aber wir sind mit der Höhle erstmal fertig oh zum Skelett kriegen wir mal wieder ja das hätte man von Anfang an wissen müssen dass man ja egal ich bin ja eh nicht auf Magie gegangen dann hätte ich das glaube ich schon gemerkt so Pferdchen Höhle ist erforscht weiter geht's na die brauchen wir nicht töten ist eh nichts besonderes da oder ne na das ist ein Teleporter so ach nee bitte nicht ach nee mein Pferd spuckt wieder rum nee halt oh Gott dieses Pferd immer rumspinnen muss jetzt müssen wir hier hoch die ganzen oh hier ist noch ein Lager das können wir eben machen so stecken wir ab vom Pferdchen so wie kommt man denn hier rein natürlich von der anderen Seite natürlich ist ja mal wieder klar dass man erstmal hier rumlaufen muss und da ist ein Uga töten wir erstmal die ganzen kleinen Viecher können wir ja mal den hier versuchen wieder bisschen mit meinem Schwert wieder rumfuchteln also Uga so weich mir dich mal eben aus was haben wir denn da oh guck mal was da ist kann man aufbessern wieder falls wir doch mal wieder brauchen man müssen wir eben hier den Dicke rausmachen unterbringe sind mehr wert als so ein Quatsch das muss doch aufgehen looten und level oh hier sind einige Rüstungen drin aber alles was ich nicht gebrauchen kann dann geht's jetzt weiter aber erstmal in die andere Richtung und die Platte gucken so wir müssen nämlich jetzt hier hoch dann forschen wir hier und dann gehen wir hier durch zum Drachen dann gehen wir wieder zurück na wir können auch hier dann da rumlaufen gucken wo es dahin führt wenn wir den Drachen geschafft haben so komm mal her Pferdchen wir müssen mal eben hier einige Sachen erledigen dann gehen wir zuerst hier hin den lassen wir mal in Ruhe Steingolems nichts besonderes hier nö Orggebiet so gehen wir mal hier weg ich will den Drachen jetzt ja nicht tönen ich will mal gucken wie stark der ist bestimmt dauert er ein bisschen länger bis wir den geschafft haben die ist nur ein Org Lager lassen wir Pferdchen mal hier stehen und komm mal her und da ist ein Uga wir benutzen die Axt lieber die macht ein bisschen mehr Schaden so Uga besiegt einen Ring brauchen wir jetzt nicht unbedingt mehr mitnehmen nur alles was unsere Waffe noch ein bisschen verstärken kann schauen wir mal was da für ein Ring ist Windstärke so da hinten wir gehen mal dem Tier hin ne da ist nichts die halten hier immer wieder Hunde so holen wir mal eben alle eben heilen sonst sterben wir und überall Bogenschütze naja Bogenschütze sind das Spiel das Schlimmste und dieses eine wo man nicht mehr angreifen kann das ist das Allerschlimmste da finde ich ja Bogenschütze noch ein bisschen angenehmer außer dass sie schon vorher wissen dass ich die angreifen möchte ja komm mach dein Ding ja was machst du jetzt ach du haust wieder ab dann loot ich eben die Truhe hier gut da ist so viel drin ne der ist ja auch nichts drin ist hier wenigstens auch drin da ist was drin ne in den kleinen Truhen mhm ach Gott so haben wir alle hier sind noch welche soo gut können wir jetzt auch wieder auf den Weg ach ich scheiße einfach auf den auf den Aufsatzpferd ich muss sowieso ständig absteigen dann macht halt auch wenig Sinn das Pferd jetzt noch mitzunehmen aus wenn es hier steht ne also hier ist der Weg so dann wollen wir den Weg mal dann haben wir den Weg nämlich fertig und dann können wir direkt zum Drachen also wo ist jetzt der Drache so einmal querbeet rein so hier rein ne so hier rein so einmal durch ja ich nehm doch das Pferd mit wo hab ich das abgestellt beim Eingang ich glaub auch jetzt den ganzen Weg zu laufen ey so Pferd jetzt wird einmal querbeet durchgelaufen so ich hoffe hier gibt's den Weg na hier seh ich doch ein Fehler ok Pferd will er nicht durch was hat er denn gut Pferd wir müssen hier wieder raus wir wollen erstmal den Weg da rein laufen wir einfach hier rein wo die Steingolems waren hallo ach Felsgolem Entschuldigung so jetzt haben wir geradeaus durch der Lager überspringen wir jetzt einfach oder vielleicht doch nicht da ist jemand noch hey wer ist er denn mitten im Niang wo ist jemand ein Drache ein Drache du suchst verzweifelt nach frischen und grünen Kräutern das wäre wirklich fatal nein ich brauche den Stachel eines Skorpions ich dachte ich hätte einen dabei aber falsch gedacht kannst du mir einen holen klar was solltest du auch sonst brauchen an einem solchen Ort ich weiß dass es sich merkwürdig anhört aber ich verspreche dir eine Belohnung die dir gefallen wird für den Fall dass du öfter mal mit Orks zu tun hast äh ich soll doch so will vielen Dank muss ich noch selbst besorgen was würdest du sagen wenn ich so einen solchen Stachel bei mir hätte das ist ja noch besser es gibt da nur ein kleines Problem der Ort an dem ich mein Experiment ausführen möchte ist aus irgendwelchen Gründen von Oktogorns verseucht es wäre ja sonst zu einfach gewesen für dich ist das keine große Sache und denk an die Belohnung das kleine Wunder gegen die Orks äh was ist eigentlich mit diesem Wald passiert der Wald tja woher soll ich das wissen ehrlich ich hab keine Ahnung vielleicht ein Vulkanausbruch es gibt doch Vulkane hier in der Nähe äh wofür in aller Welt brauchst du den Stachel eines Skorpions mach dir darüber keine Gedanken nur so ein kleines magisches Experiment mit dem ich mir die Zeit vertreibe äh warst du schon einmal in Gorgama es soll schwierig sein die Stadt der Orks zu betreten für mich sind die Orks kein Problem hilf mir und ich verrate dir mehr darüber Dankeschön so wo muss ich denn jetzt hin wo muss ich denn jetzt hin ach da oben dann können wir da Dreck machen so Untertitelung des ZDF, 2020